Die Parteien, die derzeit im österreichischen Parlament vertreten sind, vertreten alle die Interessen von Unternehmern und Unternehmerinnen, von Banken und Konzernen. Wir wollen eine Bewegung von unten, eine Bewegung von Arbeitern und Arbeiterinnen, von Jugendlichen, von Arbeitslosen, von all den Menschen, die keine politische Vertretung haben. Wir wollen mit diesen Menschen gemeinsam kämpfen für höhere Löhne, gegen Armut, gegen Wohnungslosigkeit, für leistbares Wohnen. Und alle Parteien im Parlament haben bewiesen, in Regierungen auf Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene, dass sie diese Forderungen nicht unterstützen, sondern dagegen arbeiten. Wir sind der Meinung, es ist nicht notwendig, im Parlament mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten, sondern Bewegungen auf der Straße und in den Betrieben aufzubauen, gegen die Politik der etablierten Parteien und für Forderungen, die die Mehrheit der Menschen in Österreich brauchen.